Ich habe hier einen Gärtner und der wässert seinen Garten. Ja, da, ne, das ist krumm. So, der wässert seinen Garten und die Aufgabe lautet, gibt die Parabelgleichung an. Sehr viel mehr ist nicht gegeben, das ist so eine typische offene Aufgabe. Da müssen wir anhand des Gärtners abschätzen, wie die Maße hier so sind. Also ich selber würde den, oft sind bei diesen Aufgaben Fotos gegeben, dann kann man es besser machen. Ja, wenn ich jetzt diesen Gärtner auf 1,75 cm schätze, vielleicht dann hier, dann könnte ich sagen, diese Kästchen, dann wäre das ungefähr 1,80, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen. Also 5 Kästchen entspricht 1,80 Meter. Und damit habe ich ein Kästchen, entspricht dann 1,5, also 1,80 durch 5 Meter. Taschenrechner, 1,8 durch 5, dann haben wir ungefähr 0,36 Meter. Und mit diesem Wissen, das ich jetzt hier klar gemacht habe, kann ich jetzt hier abschätzen. Also ich kann die Höhe, ja das ist 1, 2, 3, 4, fast, ja 4,8, 4,8 mal 0,36, ja 1,73, also 1,73 Meter. Ja, so 4,8 Kästchen, grob geschätzt. Wichtig ist nur, dass der Leser versteht, was man hier so schätzt. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, das ist ungefähr 18, war gut gezeichnet, also 16. 16 Kästchen, also 16 mal 0,36, komme ich auf 5,76, das ist hier 5,76 Meter. Wir müssen nachher runden. Gut, ich brauche eine Parabelgleichung und die Parabel hat eine Breite, also wirklich diese ganze Breite von 5,76 Metern und eine Höhe von 1,73 Metern. Und die Frage ist jetzt, wo lege ich meinen Nullpunkt rein? Ich kann ihn hier reinlegen oder da oben oder auch hier. Also ich könnte den Nullpunkt natürlich auch beliebig irgendwo da reinlegen, das wäre aber zu viel Arbeit. Jetzt fange ich mal an und lege den Nullpunkt hier hin, an die Stelle, wo es losgeht. Und dann habe ich nämlich Punkte. Jetzt machen wir es so, ja, ein bisschen, dann sieht man es hier. Also ein bisschen mathematischer und klarer. Gut, ich habe eine Parabel, hier ist der Nullpunkt XY. Und das hier sind 5,76. Und der Scheitel ist gegeben und der ist bei der Hälfte. Also bei 2,88, 2,88 und 1,73. Ja, hier. Und mit diesen Infos kann ich jetzt die Parabelgleichung aufstellen. Ich male hier mein X und mein Y drunter. Ich habe den Scheitel. Die Scheitelformel lautet Y gleich A mal Klammer auf X minus XS zum Quadrat plus YS. Also die Scheitelkoordinaten XS, YS sind ja hier gegeben. Also Y ist A mal X minus 2,88 zum Quadrat plus 1,73. Was mir fehlt, ist mein A. Aber ich habe ja noch einen Punkt, nämlich diesen Punkt hier. Der hat die Koordinaten. Machen wir Koordinaten. X, Y, X, Y. Wenn X 5,76 ist, ist Y 0, ist ein Nullpunkt. Und den setze ich ein. Dieses X setze ich bei X ein. Und den Nuller setze ich bei Y ein. Und mein Ziel ist das A, das mir noch fehlt, rauszubekommen. Also 0 gleich A mal 5,76. 5,76 minus 2,88 zum Quadrat plus 1,73. Dazu braucht man dann doch einen Taschenrechner. 5,76 minus 2,88 ist gleich Quadrat ist gleich Runden. 8,29, dann machen wir wirklich 8,3. Das ist alles grob geschätzt, da wird gerundet. 2, 8, Stopp. 8,3 plus 1,73. So, minus 1,73 und dann gleich dividiert durch 8,3. A ist gleich, also minus 1,73 dividiert durch 8,3. 1,73 dividiert durch 8,3. Da komme ich auf 0,21. 1, also A gleich minus 0,21. Minus ist wichtig, eine nach unten geöffnete Parabel. Und jetzt habe ich eigentlich schon mein Ergebnis. Das hatte ich ja schon hier alles. So. Ich könnte es noch ausmultiplizieren, muss ich aber nicht. Minus 0,21. So. Das ist es. Das ist die Parabel, die diese blaue Kurve darstellt. Und ich habe mich an den Scheitel gehalten. Ich hätte jetzt auch rangehen können und sagen, Y ist A mal X minus X. Also die erste Nullstelle. X, machen wir es so. Genau. X minus 0, weil ich habe ja eine Nullstelle an dieser Stelle. Da ist eine Nullstelle. Und hier ist nochmal eine Nullstelle. Das heißt, X minus 5,76. 5,76. So arbeite ich, wenn ich mir die Nullstellen anschaue. Und jetzt muss ich den Scheitel nehmen, also einen anderen Punkt nehmen, weil wieder fehlt mir mein A. Und das bekomme ich, indem ich diesen Punkt hier nehme. was anderes, also für X diese 2,88 einsetzen, für Y diese 1,73 einsetzen und dann müsste wieder A gleich minus 0,21 als Ergebnis erscheinen.